Willkommen zu unserem Video. Heute erfahren Sie, wie Juice die Schweiz elektrifiziert, entdecke Australien im Zoo Zürich und werfen einen Blick auf die Neugründungen vom 19.09.2023. 19.09.2023. Juice elektrifiziert die Schweiz. Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und Ladesoftware, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, lanciert die elektrisierendste Ausschreibung des Jahres. In dem schweizweiten Wettbewerb können Gemeinden, Städte, NGOs, Unternehmen und Immobilieneigentümer bis zu 100 Juice Charger im E3 inklusive Installation gewinnen. Den ganzen Bericht von Juice finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv. Australien öffentliche Führung Bei einer öffentlichen Führung erhalten Besucherinnen einen vertieften Einblick in die Welt des Zoos. Die öffentlichen Führungen sprechen sowohl Familien mit Kindern ab acht Jahren als auch Erwachsene an. Den ganzen Bericht von Zoo Zürich finden Sie auf unseren Webseiten aktuellenews.tv und eventkalender.ch. Am 19.09.2023 wurden 146 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 33 Firmen in der Region Zürich, 16 Firmen in der Region Watt und 14 Firmen in der Region Wallis. Mehr Informationen über Firmenneugründungen und Firmenlöschungen finden Sie auf unserer Webseite handelsregister.tv. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratis-Telefonnummer 0800-Search. Sie finden uns auf YouTube unter help.tv oder auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook oder Instagram unter handelsregister.tv 0800-Search. Sie finden uns auf www.aktuellenews.info.de